Servus, guten Morgen. Also wir haben heute den Mittwoch. Am Montag habe ich die Nassenheiler reingeknallt in die Völker. Das Video habt ihr gesehen. Ich will jetzt mal schauen, ob nicht alle jetzt tot sind. Weil Fluglöcher sind klein, Bodenschieber sind teilweise drin. Also zum Großteil sind sie drin. Bei den anderen ist nichts drin. Ich werde das aber zeigen. Jetzt schauen wir mal nach, ob nicht doch ich da was falsch gemacht habe. Und danach gehe ich noch mal drauf ein. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Kurzer Check, ich will eigentlich nur schauen, ist da genügend verdunstet und und und. Und dann werden wir das mal klären. Und dann schauen wir mal auch auf eine Windel, wie viele Varonen jetzt schon gefallen sind. Abwarten. Bis gleich. So, als allererstes schauen wir uns mal die Fluglöcher an. Die Fluglöcher sind klein. Schauen wir mal hier rein. Also Pollen-Eintrag ist vorhanden. Sieht eigentlich alles ganz normal aus. Also bin ich eigentlich schon mal zufrieden. Der erste Eindruck ist schon mal gut. So, als nächstes schauen wir mal auf eine Windel. Die Windel können wir nicht mehr checken. Die habe ich sauber gemacht. Jetzt schauen wir mal auf diese Windel hier. So. Oh, das ist die Holzwindel. Dann gehen wir auf die hier. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Also da fallen wirklich verdammt viele Varonen. Das ist übrigens das Volk, was nicht selbstständig ausräumt. So, und jetzt schauen wir uns gleich mal die Windel an. Von so einem Volk, das selbstständig ausräumt. Das ist das hier hinten. Ja, also da ist bis jetzt ist der Totenfall. Ja, sieht jetzt nicht mehr aus wie sonst. Ohne Nassenheider. Aber naja. Warte mal, schau ich mal das daneben noch an. Da muss ich das Steckchen wieder rein tun. Ach, das sieht auch nicht schlecht aus. Das ist es. Da fallen auch relativ viele. Also die Behandlung wirkt. Und das jetzt nach dem zweiten Tag. Bin ich schon mal zufrieden. Dann schauen wir mal da vorne das erste Volk. Schauen wir mal, wie es denen geht. Und wie viel verdunstet ist. Jetzt schauen wir mal. Gehen wir auf Weit. Wir halten nicht zu. Auf Weitwinkel. So, jetzt schauen wir da mal rein. Hinten ist ja ein Volk, das keine Königin hat. Ah, nein, da sind sie oben das Loch. Hei, 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 ladies. Das war mein Fehler. Ja gut, immer noch alles im grünen Bereich. So, jetzt schauen wir uns den Nassenheider mal an. Also die Konzentration im Volk ist definitiv da. Jetzt schau ich mal, wie viel verdunstet ist. 140. Wir sind jetzt bei 140, 190 waren circa drin. Auf ziemlich genau zwei Tage jetzt. Ergo fehlen 50 Milliliter. Es sind 25 Milliliter verdunstet. Sieht gut aus. In der Nähe vom Nassenheider sind keine Bienen mehr. Also in der oberen Zarge, da sind keine. Was mich aber nicht wundert, weil das sind nur Futterrämpchen. Also da ist gar nichts drin. So, aber es sieht gut aus. Also jetzt klappt man hier mal zu. Nicht, dass die wieder hier oben raufkommen. Und dann machen wir den Deckel wieder drauf. Und dann schauen wir uns. Komm, geh weg da jetzt. So, jetzt schauen wir uns gleich mal das Nächste an. Also, wie man sieht, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. So, mal sieht es hier alles. So, jetzt schauen wir uns das mal von hier oben an. Das schaut eigentlich alles ganz gut aus. Unten ist alles noch voll ganz normal besetzt. Schau ich hier auch. Sieht gut aus. Gleiche Menge verdunstet. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Der schwarze Schatten, das ist ungefähr das, was jetzt gerade von dem Vlies eingenommen wird. Durch die Temperatur. Warte mal, ich stelle es schon am Boden. So, jetzt haben wir mal in meinem Schatten. Vielleicht geht es da besser. Ja, man sieht es. Ich denke schon, dass man es sehen kann. Also passt. Wenn das über die Hälfte ist, wo das hoch geht, dann ist es zu kalt. Also, wenn man jetzt das so anschaut. Warte mal, ich muss da meine Hände freimachen. Wenn man sich jetzt so ein Rähmchen anschaut und die Verdunstung geht wirklich bis hier hoch vom Tuch her, dann ist es definitiv zu kalt. Dann muss man ein bisschen aufpassen. Das ist nicht gut. So, dann machen wir mal wieder Deckelkropf. Ich will ja die Behandlung nicht unwirksam machen hier. Ich habe hier auch meinen Smoker dabei, aber nicht aus dem Grund wegen dem jetzt, wegen der kurzen Kontrolle, sondern dahinten das Volk ist noch weiß los. Also, es ist nicht sicher. Ich habe auch eine Königin da, die werde ich dann, wenn es wirklich ist, einweißeln, aber das muss ich dann jetzt nochmal genau checken. Jetzt schauen wir uns mal den Zweizager hier an, genau. So, wie es hier ausschaut. So. Im Zweizager müsste jetzt die Verdunstungsfläche kleiner sein, weil das Volk mehr heizt. Jetzt gehen wir mal in den Schatten, dass man das besser sieht. Seht ihr den dunklen Rand? Ja, er ist ein bisschen kleiner. Sieht sehr schön aus. Ich kontrolliere jetzt mal. Verdunstungsmenge. Passt. Gleiche Menge verdunstet. Bin zufrieden. Boah. Konzentrat sehr jung. Boah, das Zeug ist wirklich, zum Einatmen ist das nicht schön. Aber es hilft leider nichts, mein lieben Bienchen. Das hilft nichts. Wir sind wir noch nicht so weit, dass wir das nicht mehr brauchen, den Scheiß. Leider. So. Gut. Weiter schaue ich jetzt gar nicht. Es gibt sogar einen Cut und da labert ich noch ein bisschen was dazu. Halt. Das da unten könnt ihr mir noch anschauen. Genau, da hängt nämlich der Verdunster mitten im Volk mit dem kleinen Ableger. Mal den checken. Der hat aber jetzt den Boden offen. Der hat den Boden offen. Schauen wir mal. Die waren letztes Mal gar nicht glücklich, als ich die geöffnet habe. Da haue ich gerne einen Stich in die Füße kassiert. Aber naja, so ist es. Jetzt schauen wir da mal rein. Neben den nassen Haider ist gar nichts los. Ja, und der Rest ist da drüben. Das sieht sehr schön aus. Mehr würde ich die jetzt gar nicht stören. Aber die sind eh nicht so stark. Also die sitzen vielleicht da so. Ja. Dann, warte, ich sage da gleich mal was dazu. Viele, also nicht nur einer, sondern mehrere haben wir geschrieben, dass das falsch ist, so wie der nassen Haider hängt hier am Rand. Der soll doch in die Mitte der Brut. Ich will jetzt nicht sagen, ganz das falsch ist. Ich will jetzt nur erklären, wieso ich das nicht mache. Oder lass mal runter, vielleicht kann ich das nicht erklären. Also, wenn man, wenn jetzt hier das Brutnest ist und ich den nassen Haider hier reinhänge, genau in die Mitte, ich will es nicht abstreiten, dann wirkt der nassen Haider natürlich hier und hier, direkt in der Mitte, am stärksten. So, jetzt ist aber die Frage, muss es so stark sein? Ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe ja das schon oft genug praktiziert. Ich habe schon oft genug versucht, rauszukriegen, wie er am besten wirkt und, und, und. Ich habe auch schon einige Fühler damit geschrottet, wo ich die Messdaten gesammelt habe. Ich kann euch sagen, ob der da hängt, da hängt, da drüben hängt oder in der Mitte, ist für die Wirkungsweise des gesamten Volkes scheißegal. Nur wenn er da hängt, neben der Brut, dann schädige ich die Brut enorm. Und das will ich nicht. Ich will die Varons schädigen und nicht die Bienen. Also von dem her. Dann das Nächste ist, wenn ich eine Zeige um drüber habe, so wie ich es oben habe, warte, ich gebe es ja keinen Karten, dann gehen wir rauf. Und ich baue das schnell zusammen. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Fluglöcher an. Das ist alles wie gehabt. Das ist alles überhaupt kein Ding. Das einzige Volk, was mir Sorgen macht, ist das hier. Das ist definitiv geräumt worden, zum Teil. Ah, da ist der Fluglochkeil nicht mehr schön da. Ja, die werden immer noch ein bisschen geräumt. Da werde ich da jetzt gleich mal einschreiten. Weil das geht nicht. Das Nächste ist, weil viele sagen, ich soll hier das Flugloch so aufmachen. Zur Varrohrbehandlung. Also, nicht so klein. sondern wirklich so oder halt größer. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn mir hier so eine absolute Wieso ist der Fluglochkeil hier draußen? Also nicht gescheit drin. Was ist denn hier los? So nicht, meine Ladies? Jetzt auch. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das Flugloch so ist wie hier und auch wenn man Varrohrbehandlung macht, ist das Risiko für Träuberei einfach da. Weil es den Bienen scheißegal ist, wenn die räumen, ob da Varroh, ob da der Ameisen so eine Behandlung ist oder nicht. Aus dem Grund, hier seht ihr es, also die werden jetzt so ein bisschen geräumt, werden sie. Schaut es uns mal genau an, wie sie streiten. Ich werde da jetzt gleich mal den ganzen ein Ende setzen hier unten jetzt sind sie wieder weg und einfach um das nicht zu haben, bleibt das Flugloch klein. Das ist mir egal, was da andere denken. Ich habe es oft genug versucht, irgendwie zu testen, groß, klein, mittel, schieber offen, schieber zu, ob sich da was ändert. Ob die Bienen das irgendwie anders mögen. So, jetzt machen wir mal hier zu, weil ich weiß, warum, dass der nicht, der passt nicht. Da muss ich jetzt einen anderen holen dann. Dann lege ich aber den zumindest so her. So, jetzt ist gleich eine Ruhe. Ja, jetzt auch. Da hole ich jetzt dann einen gescheiten Schieber, der da reinpasst und gut ist. Die Wirkungsweise von der Ameisensäure ist immer dieselbe. Es ist weder was stärker noch schwächer von der Wirkungsweise. Es ist wirklich egal. Es ist völlig egal. Das nächste ist, wenn die einen Nassenheider da oben drin hängt. Also hier. Extra, separat in einer extra Zarge. Verteile ich den Dunst auf das gesamte Volk, also auf die gesamten Kisten. So, jetzt haben wir das mal durchgecheckt. Also, ihr habt es gesehen, die Mengen verdunsten optimal. Boah, du. Den brauchen wir jetzt, den brauchen wir jetzt dann noch. Die verdunsten optimal, die Mengen, das passt. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist es auch völlig, also solange die Bienen, solange man da keinen Totenfall hat und, 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 ist alles okay. Also macht euch da wirklich keinen Kopf. Das ist kein Stress. Wenn es mal zu viel wird, ist schon klar. Also, aber komischerweise beim Professional ist es gar keine Seltenheit, dass da mal 40 Milliliter verdunsten. Das ist auch mit so einem Grund, dass ich das alles ein bisschen abpuffere. Für die Varonen ist es eigentlich nur wichtig, dass die Ameisenkonzentration einen gewissen Zeitraum da ist. Die muss nicht mal zu stark sein, nur einfach, der Zeitraum ist wichtig. Es muss auch nicht direkt dranhängen. Ich habe da auch schon einen Versuch gemacht, ich habe da einen Einzeiger gehabt, habe da wirklich drei Leerrämmchen, also drei Leerzeigen draufgestellt und habe die Ameisensäurebehandlung, habe ganz oben einen Nassenheider reingelängt. Mittlerer Docht und ihr würdet es nicht glauben, ihr könnt es gerne mal selbst ausprobieren. Er hat genauso gewirkt. Er hat wirklich genau so, von der Wirkungsweise war es genau dasselbe. Es sind, die Völker waren so gut wie Varroa frei. Zu 100 Prozent schafft man es ja leider nie. Weil wenn man das schaffen würde, dann, wenn alle gleichzeitig behandeln würden, dann wären wir Varroa safe. Aber nur so zu dem Thema, der Nassenheider muss ins Brutnest. Ich bin raus. Also ich persönlich würde sagen, schwachsinnig. Das ist wirklich schwachsinnig. Wenn der Nassenheider funktioniert bei einem einräumigen Erfolg und ich stelle drei Leerrämmchen drauf, also der steht dann auf vier Rahmen, vier und ganz oben hängt der Nassenheider und die Behandlung funktioniert trotzdem. Ja, der Docht braucht ein bisschen, also es ist mehr vom Docht belegt dann, von dem Vlies, weil es da oben nicht so warm ist. Aber wer in Physik ein bisschen aufpasst hat, der weiß, dass die warme Luft von so einem Brutnest nach oben steigt, die Kalte zirkuliert wieder nach unten und man hat so einen Kreislauf. Und durch die Verdunstung entsteht ja sowieso Kälte. Also Verdunstung entzieht ja der Luft Energie und es entsteht Kälte. Deswegen fällt der Varroa-Nebel, also der Varroa-Nebel, mein Gott, die Ameisensäure-Nebel fällt ja nach unten. Und aus dem Grund habe ich festgestellt, wenn ich eine Leerzeige umdraufstelle, egal welche Beute das ist und den da oben in die Mitte reinhängt, dann ist die Behandlung wesentlich gleichmäßiger und schonender für die Bienen. Also deswegen kann ich das jedem nur empfehlen. Ich habe es gezeigt hier. Hier hängt er oben einfach mittendrin. Funktioniert. Die Bienen gehen aber weg von der Seite. Also die schauen, dass sie dann Abstand halten. Ihr habt es jetzt gesehen hier. Hier ist eigentlich unten im Volk der ganz normale Betrieb. Der ganz normale Betrieb. Die lassen sich gar nicht stören. Die Varroa fallen, das habt ihr auch gesehen. Jetzt am zweiten Tag. Hier ist der Zweizarger. Da. Da, da, da. Zweizarger. Da. Funktioniert es auch. Gleicher Tocht. Gleiche Behandlung. Wieder Leerzeige drauf, oben drüber. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das sein kann, bis es dann nicht mehr funktioniert, aber ich glaube, größer, wie man sich das vorstellen kann. Der große Tocht, wo da dabei ist, der ist ja wirklich nur, wenn es wirklich saumäßig kalt ist. Wenn es saumäßig kalt ist und man muss mit 80%iger Ameisensäure. Die darf man ja normal sowieso nicht hernehmen. Mich wundert immer ein bisschen, dass mich da so viele Leute anschreiben, aber komischerweise, es hat fast niemand die Gebrauchsanweisung gelesen und es hat noch niemand an den Hersteller eine E-Mail geschrieben und hat mir gefragt, hey, habt ihr da Versuche gemacht, was da so die Grenzwerte sind. Liebe Wespe, und wir sind da wirklich, also so wie ich das jetzt hier mache, mit dem Horizontal, ich kann euch bloß sagen, das funktioniert wirklich verdammt, verdammt gut. Was ich nicht mag an dem Professional, das ist das Tellerchen, was man da oben rein legt. Ein paar haben wir auch geschrieben, wieso ich das nicht mit dem Tellerchen mache. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso, warum. Also, ich kann es vermuten, ich müsste einen Strömungstest, einen Luftströmungstest machen. Nein, da bin ich raus, da habe ich keinen Bock drauf. Das darf der Hersteller übernehmen, wenn er mag. Aber ich glaube, ich weiß, an was es liegt, wenn man das Tellerchen jetzt so sieht. Ich habe ja gesagt, warme Luft, könnt ihr es gerne auch Wikipedia nachschauen. Warme Luft steigt von unten nach oben. Wenn man jetzt den Verdunster sieht, der auf dem Tellerchen steht. Die warme Luft kann gar nicht direkt hin. Ab jetzt. Die kann, die geht an dem Tellerchen vorbei, steigt nach oben, und fällt nach unten wieder. Ja, es entsteht ja so ein kleiner Kreislauf. Also, permanent nach oben kann es nicht. Der Deckel ist zwar ein bisschen, ist nie ganz dicht, also man hat nach oben schon ein bisschen Ausdunstung, aber, das kennt ihr, wenn ihr eure Blechdeckel anschaut, schaut sie mal in die Ecken rein. Wenn ihr es so zwei Jahre habt, dann schaut sie mal nach der Ameisensäurebehandlung. Fangen dann sehr viele Innendeckel, die fangen dann da innen drin das Rosten an. Das liegt an der Ameisensäure. Dann wisst ihr genau, wo die Luft rauszieht bei eurem Deckel. Was ja auch nicht schlecht ist, sagen wir mal so, aber ist egal. Jetzt habt ihr das Tellerchen, da ist der Effekt nicht so gut. Also, die Verteilung ist nicht so gut. Aus dem Grund, finde ich, ist der wesentlich besser. Was funktioniert, wirklich auch dasselbe Effekt ist, wenn man das Teil mit dem Tellerchen hat. Und, das, da wo alles draufsteht, da wo das Verdunstungsvlies drin ist, wenn man da irgendwas mit rein macht, dass das ein bisschen höher ist, dass unten die Luft durch zirkulieren kann, dann wird es besser, dann wird es wirklich besser. Aber, ich finde, so immer noch, also, ich finde es komisch, es ist, ich finde es immer noch so am besten. Das ist wirklich sehr schonend. Es ist, natürlich, es gibt für die Bienen wahrscheinlich was Schöneres, wie im Ameisen, so in den Dunst zu leben. Aber gut, das ist jetzt eine Woche. Dann wird weiter gefüttert. Dann haben wir nochmal, dann machen wir nochmal eine Woche, so Ende September, Mitte September. Und dann sind wir eigentlich, warroa technisch safe, also, kommen wir was wollen, dann passt das. Im Winter, wenn es hart auf hart kommt, nochmal Oxalsäure träufeln. Und gut ist. Dann höre ich immer wieder, immer wieder, dass sehr viele, einfach nicht alle Völker behandeln. Die sagen, ach, das Volk hier, das ist, ich kenne meine Bienen, das hat keine Belastung, das behandle ich nicht. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Kann ich euch sagen, das ist eine ganz gefährliche Sache. Weil wenn ihr ein Volk habt, also, das Volk da hinten, also ich habe hier ein paar Völker am Stand, die rollen wirklich rigoros aus. Die räumen rigoros aus. Diese Völker, und glaubst du, ich habe das auch schon probiert, und ich hätte beinahe da schon ein paar Völker verloren, aber bis jetzt haben sie es, haben sie es wirklich geschafft. Diese Völker haben ein Problem über den Zuflug. Die Bienen merken, dass ein anderes Volk, denen geht es gut. Die haben nichts, passt, alles super. So, und jetzt kommt ihr mit eurer Behandlung und hängt da einen Nassenhaider rein. So, jetzt sind die anderen Bienen im Prinzip eh schon eigentlich durch die hohe Varroa-Belastung immer so im Gedanken zu desertieren, also zum Überlaufen. Und dann kommt ihr mit eurer Nassenhaider. Das kann unter Umständen so der Auslöser sein, dass die paar Ladies dann sagen, was, was, jetzt kannst du mich so richtig am Arsch lecken, wir verpissen uns hier. So, dann habt ihr ziemlich viel Verflug, und dann könnt ihr raten, wo die hinfliegen. Die fliegen dahin, wo keine Ameisensäure duftet, und die fliegen dahin, wo die Varroa-Belastung relativ gering ist. Und genau dieses Volk, das eigentlich das ganze Jahr und die ganze Zeit ohne Varroa-Belastung lebt und damit auskommt, hat danach so viele Varroa-Belastung, dass das ganze System kollabiert. Die kommen dann auch irgendwann mal an ihre Grenzen. Wenn ihr einen Stand habt, der irgendwo ganz einsam und verlassen steht von allen Imkern und keine Ahnung, Konsorten, dann könnt ihr es gerne machen. Dann funktioniert das wirklich gut. Dann stellt ihr nur Völker hin, die sehr gut mit der Varroa zurechtkommen. Und dann probiert ihr es mal. Wie lange schafft ihr es? Wie lange schaffen die Völker das? Mit eigener Umweiselung. Und, und, und. Das Problem, das ich ja auch hier habe, das fast alle haben, mit der Varroa-Resistenzzüchtung. Oder mit einfach, was heißt Resistenz? Mit richtig Resistenz sind sie ja noch nicht ganz zu 100%. Ich habe Völker, die sind seit vier Jahren safe. Mehr sogar. Fünf. Die haben schon umgeweißelt und sind immer noch Varroa-safe. Das Problem ist, dass die Genetik sich dann irgendwann mal wieder ändert und dann ist es weg. Also im Prinzip, wenn ich zehn nachziehe von so einem Volk, sind von den zehn, circa sieben bis acht, ziemlich, die räumen die Varroa aus. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Die hauen, schmeißen die raus. Spätestens, dann sind wir wieder beim F1, F2, F3. Mir ist aufgefallen, beim spätestens F3 kann sich das ganz schlagartig ändern. Dann ist da gar nichts mehr davon da. Und das ist unser Hauptproblem da draußen. Und ich kann bloß jedem sagen, Varroa, nur weil sie es nicht sieht, heißt es noch lange nicht, dass er nicht da ist. Ich kenne mich sehr viele Imker, die sagen, ach, brauche ich nicht. Brauche ich nicht behandeln. Bei mir ist alles top. Meine Bienen, die haben das geschafft. Ich behandle nur zwei und die anderen drei nicht. Das sind immer verdammte Scheiße. Das sind genau die, die dann nicht irgendwo da unten, die, wo da irgendwo sitzen, und dann, oh Gott, meine Bienen sind tot. Die böse Varroa, die böse Varroa. Ja, das ist auch so ein Teil, wo die Varroa dann die Völker zerstört hat. Beziehungsweise, das nächste, was bei solchen Leuten meistens zu, wenn es dann heißt, ja, ich will jetzt meine Völker nicht stören, ich hebe nicht mal das Gewicht. Ey, wo störe ich so ein Volk, wenn ich das kurz wiege? Wenn ich da hier gehe, hergehe, und mit der Hand hier so kurz hoch lupfe. Ja, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, reicht das. Da störe ich meine Völker nicht. Finde ich. Aber komischerweise, die Leute, die das sagen, das sind die nächsten Pappenheimer, Entschuldigung, das hat er dazu sagt, das sind dann die, die dann halt in Imkerfeien und sonstiges sitzen und, oh, die Varroa hat mein Volk getötet. Nein, verdammte Scheiße, eure Völker sind verhungert. Weil, wenn man dann zu euch am Stand schaut und schaut man die Völker an, dann haben die nichts mehr. Dann haben die im Dezember, haben die, weiß ich nicht, 500 Gramm Futter. und das sitzt irgendwann an Außenrämmchen. Also, sorry, ich bin jetzt ein bisschen in Rage, aber mich haben ziemlich viele Leute angeschrieben und ich wollte einfach mal so ein bisschen drauf reagieren, weil, das heißt ja immer, wieso schaue ich jetzt noch da in das Volk? Wieso? Ja, wieso? Ich schaue nicht groß durch. Das einzige Großdurchschauen, das war, dass ich euch das zeige. Ja, das habe ich gern gemacht und ich bin mir auch sicher, das hat denen auch nicht geschadet. Wir sind noch so weit vom Winter weg. Aber ja, es ist jetzt die, jetzt fehlt natürlich ein paar Sachen an Arbeit fehlt weg. Also, ihr braucht keine Schwammkontrolle mehr machen. Nö, müsst ihr nicht. Ihr müsst jetzt auch nicht, keine Ahnung was, Honig schleudern. Nö, fällt auch weg. Aber was ihr müsst, ihr müsst jetzt die Völker kontrollieren mit Futter. Und das heißt nicht, einmal voll hopple hopp aufgefüttert und dann anschlecken. Ja, kann man machen. Kann man gerne machen. Das Problem ist, wir sind noch so früh vor dem Winter, wenn ihr das jetzt macht, dann habt ihr nächstes Jahr im Frühjahr wahrscheinlich schon noch Völker, wenn ihr gut aufgefüttert habt. Aber die sind sehr viel schwächer, wie wenn ihr euch da ein bisschen Zeit lassen würdet. Wenn ihr den Futterstrom ein bisschen beibehaltet. Und, und, und. Wenn das ein bisschen, wisst ihr was ich meine? So ein bisschen der Futterstrom immer, ihr füttert auf, so auf, sagen wir mal, so 70 Prozent. Meinetwegen 80, meinetwegen 60, ist mir scheißegal. So circa, ihr füttert schon mal gut auf, dass die Bienen wirklich einen satten Vorrat haben. Ja, und dann kriegen die es ein bisschen zu kleckerweise. Ja, da ist jetzt zum Beispiel der Walter mit seinem Leckerli, mit seinem Booster. Das ist für die Bienen jetzt um die Zeit eine super Sache. Der Booster. Wenn man da, wenn man sich da ein bisschen was, aber ich mache halt da oben da irgendeine Schale rein oder meinetwegen eine Futterzeige, nimmst die. Wenn du da immer ein bisschen was reinmacht, ab jetzt. Dann, dann, dann ist immer der Futterstrom da. Seid ihr natürlich in einer Gegend, wo die jetzt noch finden, dann könnt ihr das bleiben lassen. Aber es gibt sehr viele, die ja jetzt absolute Trachtlücke herrscht. Und das schon seit Wochen. Wenn ihr die Völker nicht füttert, die packen das. Aber die werden immer schwächer. Die werden immer schwächer und die werden es auch überleben. Aber nach dem Winter sind die ziemlich schwach. Und dann kommen immer so Sachen wie, ja, das liegt an dem, weil du auf einer Zeit überwintert hast. Oder, keine Ahnung was. Nein, das liegt nicht an dem. Das liegt rein an dem, dass das Futter, dass die aus der Brut ging. Und für Leute, die jetzt sagen, ja, ich habe sie überfüttert. Habe ich heute erst wieder gelesen. Ich habe sie überfüttert. ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt das, ihr nehmt ein Futterrämmchen raus, gebt ihnen ein frisches und füttert langsam weiter. Ja, ihr dürft nicht aufhören zu füttern. Weil die müssen ja das dann ausbauen und, und, und. Oder was Plan B ist, wie jetzt meine Methode, jetzt um die Jahreszeit, ihr nehmt das Rämmchen raus, am Rand, irgendein reines Futterrämmchen, lagert euch das ein. Das könnt ihr keine Ahnung was, nehmt das mit ins Bett, ist mir egal. Irgendwo einlagern, wo kein Wachsmotten und nichts dran kommt. Dann gebt ihr ein frisches dazu. Nehmt ihr noch ein, also ihr nehmt zwei von unten raus, eins lagert ihr ein. Eins wandert einen Stock höher, so. Da ritzt ihr wieder schön alles auf und unten kommen zwei frische rein. Dann habt ihr den Vorteil, ihr habt eins auf Lager. Zweitens, ihr müsst sie nicht gleich sofort nachfüttern, weil das Rämmchen, was ihr so hoch gehängt habt, das ist ungefähr das gleiche, wie wenn ihr füttern würdet. Und, ja, die bauen unten wieder. Wichtig ist immer der Futterstrom. Wo das Futter herkommt, ist den Bienen scheißegal. Der Futterstrom ist wichtig. Der permanente, leichte Futterstrom. Wenn der Futterstrom einbricht, für circa, also ich habe unten mal, ich habe mal ein paar Versuche gemacht, nach acht Tagen, circa, wenn acht Tagen so gut wie nichts rein kommt, also wenn die acht Tage lang nur Minus machen, dann machen eure Daumen nichts anderes, wie die bauen gar nichts. Die bauen nichts, das Brutnest wird immer kleiner, wird immer kleiner, obwohl der Platz mehr wird im Volk. Und nach acht Tagen Trachtlücke, wo gar nichts geht, stiftet die Königin nichts mehr. Wenn überhaupt, dann ungefähr so ein großes Brutnest. Und wenn ihr das dann habt, dass die Königin für zwei Wochen lang nicht mehr stiftet, oder sehr, sehr wenig, dann habt ihr euch sauber in den Fuß geschossen, weil ihr müsst bei der Imkerei immer ein paar Wochen vordenken. Also immer ein paar Wochen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, dann, ich habe eh schon, oh Gott, ich sehe es gerade, ich habe 17 Minuten jetzt schon wieder gelabert. Ja, ich muss jetzt noch das eine hier durchschauen. Das hier. Das. Da seid ihr ausnahmsweise nicht dabei, weil ich muss ein paar Mal rauf und runter, hin und her. Ich habe ziemlich viel Arbeit hier. Ich wollte euch das nur zeigen. Also die Varon fallen. Mit Schublade, ohne Schublade, mit geschlossenem Flugloch, mit offenem Flugloch. Es funktioniert, egal wie ihr das sehen wollt. Und das ist wirklich egal. Glaubt ihr mir das? Das ist egal, ob das zu ist, offen ist. Und wenn einer sagt, eine Styroporbeute, genau das wollte ich auch noch sagen, wenn einer eine Styroporbeute hat, ja, die ist dichter. Die ist wirklich dichter von dem ganzen Drumherum. Aber da habt ihr ja den Vorteil, dass die Konzentration, das ist ja das Gute an dem Nassenheider, dass die Konzentration immer noch dieselbe bleibt. Ihr habt ein stabileres Klima im Volk, aber das bleibt immer das Gleiche. Das ist ja der Vorteil an den ganzen Verdunstensystemen, die mit den größeren, äh, sagts mal es, Tüchern. Sehr heiß, Verdunstungsfläche so groß, sehr kalt, Verdunstungsfläche 20 mal so groß. Ja, dann bin ich mal raus, auch wenn ihr schon wieder so viel gelabert habt. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das bis zum Schluss anschaut. Ja, wir sehen uns, wenn es ist, später beim Bienenbingo, weil ich versuche, dass ich heute das Video noch hochlaute. Dann, Tschüss. So, dann ein ganz kurzer Nachtrag, was ist hier passiert. Ich habe es gerade schon mal angesprochen mit der Räuberei. Die haben jetzt tatsächlich, ich habe das Volk jetzt verstellt, die steht jetzt da unten mit, die haben jetzt hier das Volk richtig ausgeräubert. Ich war gestern nicht da, also das muss sehr schnell gegangen sein. Vorgestern war noch alles okay. Und, ja, jetzt ist die Kiste leer. Ein Tag reicht. Ich betone, es ist eine Nassenheiderbehandlung gemacht worden. Werden die Ameisen, so die Behandlung, nicht da, die sind in der Ameisen, das ist eine Nassenheiderbehandlung. Ich habe dieanche, ich habe jetzt die Habermas, die ganze Anzeidebe, das ist eine Nassenheiderbehandlung. Und ich habe es nicht mehr, die Bande auch geschlossen. Vielen Dank.